Ein Würfel hat Seitenlänge a. Ein kleinerer Würfel mit Seitenlänge a halbe wird herausgeschnitten. Dabei entsteht der abgebildete Körper. Wir wollen nun eine Formel für die Oberfläche dieses Körpers angeben. Dazu schauen wir uns in Gedanken den Körper von allen Seiten an. Aus welchen Flächen besteht sein Netz? Sein Netz besteht insgesamt dreimal aus der Fläche a mal a. Diese Fläche finden wir links, wir finden sie hinten und wir finden sie unten. Das heißt, diese Fläche haben wir dreimal und zwar links, hinten und unten. Schauen wir uns nun die Einkerbung an. Die Einkerbung besteht aus der Fläche a halbe mal a halbe. Wir finden sie in der Einkerbung unten, links und hinten. Wir finden sie also wieder dreimal. Ein paar Flächen haben wir noch vergessen. Uns fehlt nämlich noch die Fläche hier vorne, rechts und oben. Sie ist L-förmig. Diese Fläche haben wir also ebenfalls dreimal. Wir finden sie vorne, rechts und oben. Nun haben wir alle Flächen beisammen. Insgesamt besteht der Quader also aus drei großen Quadraten und aus mehreren kleinen Quadraten. Nämlich dreimal aus diesem Quadrat. Wenn wir uns dieses L ansehen, dann sehen wir, dieses Quadrat ist genauso groß wie ein Teilstück des Ls. Das heißt, wir haben hier dreimal das kleine Quadrat. Und hier haben wir es insgesamt für ein L auch dreimal, weil es aber drei solcher Ls gibt, neunmal. Das heißt, drei plus neun solcher kleiner Quadrate. Damit gibt es zwölf kleine Quadrate. Der Flächenhalt eines großen Quadrats ist a mal a. Der Flächenhalt eines kleinen Quadrats ist a halbe mal a halbe. Wir sehen das sowohl hier als auch hier. Das können wir noch ausrechnen auf a mal a Viertel. Schreiben wir nun die Oberflächenformel an. Wir haben dreimal das große Quadrat mit a mal a und zwölfmal das kleine Quadrat mit a mal a Viertel. wir sehen uns hier. Vielen Dank.